Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Wir schauen nach wie vor wieder zur Frauen-WM und sind nun in der zweiten Runde bei unserem Match gegen China. China spielte im Prinzip ohne alle Topspielerinnen, aber trotzdem hat China noch ein sehr starkes Team, denn traditionell sind die Frauen aus China sehr, sehr stark, inzwischen ja auch die Männer. Und tatsächlich schickten auch die Männer letztes Jahr ein B-Team zum analogen Wettbewerb und gewannen dort einfach. Also die Chinesinnen nicht zu unterschätzen. Und ja, wir schauen jetzt die Partie von Jana Schneider an Brett 3 mit Weiß gegen Guo Qi an. Ja, Jana spielte E4, E5, das war soweit ich weiß auch der Plan. Springer F3, Springer F6. Ja, das ist auch so eine chinesische Wunderwaffe, also sehr, sehr viele Chinesen spielen Russisch. Springer schlägt E5 und D6. Okay, der Springer geht zurück, Springer schlägt E4 und hier hat man jetzt im Prinzip die Wahl, was möchte man spielen? Möchte man D4 spielen oder möchte man Springer C3 spielen, was den Springer abtauscht? Ja, Jana spielte Springer C3 und wählte eben diese Variante. Hier entstehen oft Stellungen mit ungleichen Rochaden oder heterogenen Rochaden und es geht um den Königsangriff. Läufer E3, Rochade, Dame D2, Springer D7, lange Rochade, das ist auch alles noch recht normal, Springer F6 und Läufer D3. Hier folgte C5. Ja, Schwarz versucht irgendwie ein bisschen Raum im Zentrum zu gewinnen und eventuell der Dame den Weg an den Damenflügel zu öffnen, denn irgendwie möchte man ja auch den Weißen König angreifen. Jana spielte Torm E1, stellt erstmal alle Figuren ins Zentrum, auch die E-Linie ist natürlich ein schöner Ort zum Spielen. D5 und hier gefällt mir Janas Reaktion sehr gut. Man muss sich natürlich fragen, was möchte Schwarz machen? Schwarz möchte C4 spielen. Und was ist nach C4? Naja, der Läufer hat irgendwie keine tollen Felder, also er muss eventuell zurück. Will man das? Ist nicht ganz klar. Und Jana spielt einfach selbst C4. D4 und Läufer G5. Läufer E6 und Dame F4. Und hier Torm E8. Und hier empfehle ich euch, wenn ihr Lust habt, einfach mal kurz das Video anzuhalten und euch zu überlegen, wie ihr weiterspielen würdet, denn das hier ist eine recht kritische Stellung. Und hier hat Jana aus meiner Sicht auch nicht die beste Fortsetzung gefunden, aber die beste Fortsetzung ist erstmal nicht ganz leicht zu finden und auch nicht leicht einzuschätzen und vielleicht auch nicht leicht zu spielen. Ja, was ist hier eine gute Idee? Tormfleck E6 ist wahrscheinlich eine sehr gute Idee. Das ist auch ein recht typisches Qualitätsopfer in solchen Stellungen. Der Punkt ist, dass es im Prinzip keine offenen Linien gibt, die die schwarzen Türme nutzen können und daher sind die Türme nicht stärker als Leichtfiguren. Und hier könnte man auf F6 schlagen. Okay, G schlägt F6, das ist, denke ich, ziemlich offensichtlich schlecht, denn nach Dame E4, F5 fällt der E6, danach fällt der F5 und dann hat Weiß schon zwei Bauern für die Qualität und auch noch starken Angriff. Läufer F6 ist die Alternative und hier gefällt mir die Idee H4 sehr gut. Ja, was ist die Idee davon? Im Prinzip ist die Idee, man möchte Dame E4 spielen und nach G6, H5 und das muss Schwarz irgendwie antizipieren. Also Schwarz darf hier nicht einfach sowas wie A6 spielen, denn nach Dame E4, G6, H5, ja, gibt es ein Problem auf G6 und auch hier steht Schwarz wieder schlecht, weil der König zu schwach ist. Allerdings muss ich zugeben, also wenn Schwarz hier Turm E7 findet, was eben genau gegen diese Idee geht, also hier ist H5 nicht mehr so stark, weil der H7 gedeckt ist. Hier würde ich vorschlagen, Turm E1 zu spielen und nach Dame C8 hat Weiß auf jeden Fall Kompensation, wie gesagt. Die Türme haben keine offenen Linien, aber die Stellung ist auch nicht klar. Genau, also Turm E6 wäre wahrscheinlich ein guter Versuch gewesen. Jana spielte stattdessen König B1 und hier folgte A6. Ja, ich könnte euch hier jetzt nochmal nachdenken lassen, aber tatsächlich gibt es hier einfach die gleiche Möglichkeit wieder zu schlagen. Es hat sich nicht allzu viel geändert. Der König auf B1 hilft jetzt Weiß aber auch nicht unbedingt. Jana spielte Dame H4 und G6. Und ja, hier kann ich euch auch empfehlen, mal kurz anzuhalten und zu überlegen, denn hier ist es schon gar nicht so einfach, den besten Zug zu finden und hier gibt es wirklich einen, der klar am besten ist. Jana gelang es nicht. Und ja, schauen wir mal. Am besten wäre ich hier Turm E5. Die Idee ist im Prinzip, dass, also Schwarz möchte Springer H5 spielen und diesen Läufer tauschen. Und jetzt geht das nicht mehr, denn nach Springer H5 folgt einfach Läufer E7, Dame E7 und am Ende hängt der C5. Und wenn der Bauer fällt, ist das natürlich sehr schlecht für Schwarz. Natürlich ist Schwarz nicht verpflichtet, Springer H5 zu spielen, sondern man kann auch zum Beispiel Springer D7 spielen. Aber jetzt kann der Turm nach E2 und wenn Schwarz zurückzieht, dann kann man verdoppeln. Und wenn Schwarz den Läufer tauscht, dann können wir mit dem Springer nehmen und zum Beispiel nach Springer F8, was das Matt auf H7 oder das Schach auf H7 verhindert. Turm E1 und jetzt hat man die Türme verdoppelt und hier steht Weiß plötzlich sehr aktiv. Man kann schauen, ob man solche Ideen durchsetzen kann. Und ja, der schwarze Angriff ist erstmal noch nicht unterwegs. So, Jana spielte stattdessen Springer E5 und es folgte Springer H5. Okay, F4, auch eine sehr interessante Idee. Jana möchte dieses Feld F6 vielleicht mal für einen Springer freiräumen. Und insbesondere kann der Springer von H5 jetzt da auch nicht mehr hin und muss dann vielleicht zurück nach G7. B5 und G4 und jetzt wird die Stellung unglaublich scharf. Es folgte Springer F4, Läufer E4 und hier entschied sich die Chinesin zu B schlägt C4. Auch hier kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr ein bisschen Rechnen üben wollt, dann guckt euch die Stellung kurz in Ruhe an und überlegt einfach mal, was die Konsequenzen von Läufer schlägt A8 sind. Und ja, dann schauen wir das gemeinsam an. Jana spielte nicht Läufer schlägt A8. Das ist natürlich der prinzipielle Zug, aber ist auch wirklich schon sehr schwer. Also hier sind die Varianten gar nicht mehr einfach für Weiß. Also erstmal, Schwarz kann auch Dame schlägt A8 spielen und ja, zum Beispiel nach Dame F2 Springer D5 und diesen Bauern nehmen und nach Dame B7 ist der Weiße König immer noch sehr gefährdet. Es sollte König A1 kommen, denn es droht hier Springer C3. Nach König A1, Turm B8. Ja, ich habe Turm B1 angeschaut, einfach damit es keine Tricks gibt, den Springer anzugreifen, denn dieser Röntgenblick kann gefährlich sein. Und nach Springer B4 sollte Weiß wahrscheinlich die Qualität zurückgeben und Dame E2 spielen. Aber zunächst einmal ist diese Stellung natürlich auch nicht völlig klar und ja, bis hierhin zu rechnen ist auch nahezu unmöglich, denn es sind sehr viele nicht so forcierte Züge dabei. Schwarz hat aber noch eine weitere Möglichkeit, außer einfach den Läufer zu schlagen und zwar C3. Und ja, hier sagt man, den Läufer, den will man gar nicht. Ich habe hier zum Beispiel Springer D3 angeschaut, aber hier ist das Problem, also nach Schlägt, Schlägt, Volkläufer schlägt A2. Eine sehr, sehr starke Idee und generell ist das einfach die Idee von C3, man möchte auf A2 schlagen und nach König schlägt A2, Dame A5, König B1, Turm B8. Schwarz hat einen Turm und einen Läufer weniger, aber das ist völlig egal, denn die braucht man nicht zum Angreifen. Nach B3 folgt Dame A3 und Weiß wird Schachmatt gesetzt. Und das Beste für Weiß ist es, Turm E8 zu spielen, einfach erstmal einen ganzen Turm aufzugeben und dann Läufer D5. Jetzt kann man aber auf B2 schlagen und Turm E1 spielen. Achtung, die Dame deckt hier und Weiß sollte jetzt auf F7 schlagen, um natürlich möglichst die Dame nach H7 zu bekommen. Schwarz verteidigt das aber einfach und zum Beispiel Dame F2, Dame A1. Jetzt wird wieder der Weiße König gejagt und wie das immer so ist, man darf hier nicht auf C5 schlagen, dann wird man matt, aber nach König D5, Dame D7 könnte Schwarz zum Beispiel die Stellung wiederholen. Ja, natürlich sehr lange, wilde Variante, aber ich glaube, das zeigt sehr gut, wie stark der schwarze Angriff ist. Ich habe noch angeschaut, was passiert, wenn man vielleicht direkt den Läufer zurückzieht, aber auch hier ist Läufer A2 sehr stark und nach König schlägt A2, Dame A5, König B1, C schlägt B2 und jetzt wird einfach die Dame mit Schach nach vorne geholt. Huch, nach König D2, Schach, König C1. Kann man auf E5 schlagen, guckt euch den König an. Schwarz hat zwar einen Turm weniger, aber der König wird hier wahrscheinlich nicht lange überleben, denn ja, es ist einfach zu passiv für Weiß. Okay, also ich sage mal, Läufer schlägt A8 geht, das ist objektiv der beste Zug, aber ich glaube, wir können alle nachvollziehen, warum Jana den nicht gespielt hat. Sie hat stattdessen Turm F1 gespielt, einen Gegenangriff. Aber es folgte Turm B8 und ja, das Problem ist, dass hier Turm schlägt F4 einfach nicht geht, denn nach Dame C7 hängt der Springer und er kann nicht ziehen, weil der Turm dann hängt. Und es folgte Springer C4, Läufer C4 und jetzt Turm schlägt F4. Und hier muss man leider Janas Gegnerin lassen, sie fand eine wunderschöne Kombination, Turm schlägt B2 und Dame B8. Jetzt möchte man natürlich nicht König C1 spielen, denn nach Dame F4 ist das sogar Schach und dann hängt noch der Läufer, deshalb König A1, aber auch hier Dame F4, Läufer C6, Turm C8. Schwarz hat hier leider schon einen Bauernmeer und den besseren König, also es ist schlecht für Weiß. Es folgte Dame E1, Dame G4 und Dame G5. Jetzt sind es schon drei Bauern für Schwarz. Aber ja, also falls ihr euch wundert, warum spielt Weiß das überhaupt weiter? Einmal ist es natürlich ein Teamwettbewerb, da gibt man tendenziell später auf, würde ich sagen. Einfach auch um dem Team so ein bisschen Hoffnung zu lassen. Und dazu kommt, das war ja eine recht kurze Bedenkzeit, das heißt hier war auch schon ein bisschen Zeitnot. Und ja, in Zeitnot hat man natürlich immer noch größere Chancen, dass die Gegnerin fehlgreift. Es folgte Dame E4. Ja, die Idee ist, dass der Läufer im Prinzip tabu ist wegen Dame E8. Huch, nicht Dame E7, Dame E8. Deshalb Läufer D5, Dame E2, C4. H4, okay, die Dame muss ziehen, kein Problem für Schwarz. C3 und D3. Dame E1, König G7, Schwarz stellt erstmal den König sicherer. Jetzt muss der Läufer ziehen, denn Dame E8 ist kein Schach mehr. Und nach H5, Läufer D1, Läufer F3. Ja, möchte Schwarz einfach den Läufer tauschen. Also nach Läufer F3, Dame F3 ist einfach vorbei. Und ja, nach Dame D2, Läufer D1, Turm D1, Turm E8 ist natürlich auch Turm E2 sehr unangenehm. Jana spielte Turm E1 und gab jetzt nach Dame E6 auf, denn Dame E2 und der D-Bauer läuft durch. Und es sind natürlich alle Bauernendspiele völlig verloren. Ja, damit verlor Jana diese Partie, aber auch Fiona an Brett 4 hatte verloren. Ich hatte eine sehr, sehr aussichtsreiche Stellung, habe die aber nicht besonders gut gespielt. Und statt zu gewinnen, musste ich mich dann sogar verteidigen. Und hatte etwas Glück, dass wir schon so weit hinten lagen, dass meine Gegnerin sich keine große Mühe mehr gegeben hat, die Partie zu gewinnen. Weil ein Remis reichte. Und auch Elisabeth kam leider nicht über ein Remis hinaus. Was dazu führte, dass wir das Match 3 zu 1 verloren haben. Also ja, das war nicht die matchentscheidende Partie. Ich habe ja gesagt, ich möchte mal kritische Partien aus dem Match zeigen. Aber aus meiner Sicht war es wohl die spannendste Partie aus dem Match. Und ich denke auch Weiß hatte durchaus einige Chancen. Also insbesondere diese Turmschlägt E6 Idee wollte ich unbedingt zeigen. Und deshalb habe ich die Partie gewählt. Ja, morgen geht es auf jeden Fall weiter mit der dritten Runde. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Und ja, bis dahin. Tschüss.